Hier könnt ihr jetzt sehen, abgebaut ist die erste Hälfte ja schon. Das hier ist jetzt die erste Hälfte des ersten Folientunnels, den wir hier heute aufbauen. Die zweite Hälfte kommt noch später und dann hoffen wir, dass wir den ersten hier schon hingebaut kriegen, bevor es anfängt zu regnen jetzt die nächsten Tage. Und der zweite soll dann nächste Woche kommen. Wir halten euch weiter auf dem Laufenden.